Also Freunde, wir gucken uns jetzt ein Video an, passend zu dem, was wir uns vor kurzem angeguckt haben. Und zwar war das die Reaction zusammen mit Fritz Meinecke und Robert Mark Lehmann. Robert hätte ich jetzt noch gewusst, Mark Lehmann habe ich jetzt gerade gesehen, weil ich im Hintergrund ja schon das Video bzw. seinen Channel aufhabe. Da hat er sich nämlich sehr kritisch zu zum Beispiel dem Angeln, also Catch and Release und so weiter. Also Fische angeln und sie dann wieder in die Freiheit lassen, ohne sie zu essen so explizit, sondern nur zum Spaß, fürs eigene Ego und Co. Dazu hat er sich sehr negativ geäußert, aber er hat sich auch zu Aquaristik negativ geäußert und gesagt, dass bis zu 80% der Fische, die aus dem Meer kommen, beim Versand sterben. Bis zu, ne, kann alles heißen, aber was er damit sagen wollte, ist, dass es so eine sehr, sehr hohe Ausfallquote gibt. Als Beispiel wurde da immer der Paletten Doktorfisch genannt und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Er hat sich sehr extrem geäußert und er hat auch da keine Kompromisse gemacht, sagen wir mal. Und er hat auch zu vielen Sachen jetzt im Nachhinein reflektierend gesagt, das und das geht gar nicht. Dabei war das aber nur seine Ansicht, dass das nicht geht und er hat das gefühlt auch so ein bisschen gesagt, als wäre das so ein bisschen gesetzt. Also bei ihm war alles so ein bisschen gesetzt und ohne viel Spielraum und so, das war sehr, sehr harsch. Ich würde mal gerne wissen, woher auf einmal dieser Wandel kommt, weil er hat ja viel erzählt, dass er vorher auf Aquarien etc. gearbeitet hat. Also quasi auf der anderen Seite tätig war und irgendwie hat er so einen harten Break gezogen. Und mich würde eigentlich interessieren, wie kam dieser harte Break zustande und warum ist er jetzt auf einmal so krass? Also die ganze Geschichte dahinter würde mich mehr interessieren. Und was gibt es Einfacheres, als sich vielleicht einfach nochmal ein älteres Video von ihm anzugucken und zwar Hinterglas der Fisch im Aquarium Jugend Film Camp mit Robert Mark Lehmann. Keine Ahnung, ob das jetzt irgend... also ich weiß wieder nicht genau, was es ist, aber es hat was mit Aquaristik zu tun. Es ist auf seinem eigenen Channel und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, denn wenn es was mit Aquaristik zu tun hat, kann es gut sein. Das ist uns vielleicht interessiert und er scheint ein interessanter Typ zu sein und wir hauen mal rein. Äh, wir gucken mal rein. Reinhauen tun wir nicht, weil dann würde ich jetzt ausmachen. Achso, und wie sich das für den guten Reaction-YouTuber gehört? Ah, mach ich mir natürlich ganz entspannt, was zu trinken auf. In dem Fall San Pellegrino. Unser Eindruck war, die Fische werden gut versorgt und machten eigentlich alle einen ganz netten und fröhlichen Eindruck, ne? Ja, ich glaube schon, nur vielleicht könnten die Becken ein bisschen größer sein. Okay, ich habe noch gar keine Ahnung, warum es geht. Für mich klingt es gerade so, als wären die Kinder und generell hier alle in ein Aquarium gegangen, also hätten sich das angeschaut, also in ein öffentliches und würden jetzt ihr Feedback dazu geben und ihr Bauchgefühl. Das ist jetzt einfach so mein Gedanke. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht informiert. Fische brauchen eher Freiheit. Nein, die fühlen sich wohl. Wohlfühlen, weil sie da auch gutes Essen kriegen. Das ist auf jeden Fall sehr süß. Das ist sehr süß. Bei den Fischen, die irgendwo gefangen worden sind in der Wildnis und dann hierher gekommen sind, da kann man das sicherlich nicht bis zum Ende nachvollziehen, ob das gut ist für sie oder nicht. Die Fische können in keinem Aquarium wohlfühlen. So schön wie es ist, sie sind gewohnt, Weite zu haben und nicht so eingeschränkt zu sein. Das ist jetzt wieder das, was ich meinte mit er hat sehr extreme Gedanken. So hat die Omi da gerade, die ältere, die junge Frau. Auch finde ich gerade so einfach, aber das ist wahrscheinlich einfach so eine Sache, wie man Sachen wahrnimmt. Sie hat einfach auch gesagt so, das funktioniert so nicht, die können sich da nicht wohlfühlen. Kann sie natürlich gar nicht wissen, aber sie sagt das auch so extrem. Aber ich glaube, man muss sich immer dazu denken, sie meint ihrer Meinung nach, ist das so. Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Fisch ins Aquarium kommt und wie sich Fische in Gefangenschaft fühlen? Ja. Oder ob es ihnen gut geht? Ja. Wir denken, Fischen in Aquarien geht es nicht so gut. Der hat sich ein bisschen in die Nase schon platt gedrückt, oder? Stöere. Aber es ist ein bisschen traurig, wie sieht das aus gerade. Auf der Suche nach einer Antwort nehmen wir sie mit auf eine Entdeckungsreise über Fische hinter Glas. Wie, das ist also überhaupt gar kein Film von Robert Mark Lehmann? Der hat es einfach nur bei sich hochgeladen, oder was? Okay, aber scheint trotzdem ganz interessant zu sein, das Thema. Das Thema beginnt im Internet. Doch eine wirkliche Antwort finden wir da nicht. Ach, mit. Achso, er scheint mit im Video vorzukommen, okay. Wir wollen uns selber ein Bild machen. Dazu besuchen wir das Ultima-Watt-Forum in Tönning. Durch die zahlreichen Infotafeln lernen wir viel über Fische. Doch sie helfen uns bei der Suche nach einer Antwort auf unsere Frage nicht weiter. Wir sehen die Fische hinter Glas an und fragen uns, wie ging es ihnen, als sie gefangen, transportiert und hier angesiedelt wurden? Vielleicht ja so. Ich schwamm gerade im Meer, als plötzlich ein riesiges Netz vor mir auftauchte. Oh, jetzt wird's deep. Jetzt kommt die Geschichte aus der Sicht des Fisches, als er geangelt wurde. Okay. Okay, wir haben gerade noch gesagt, wir können uns als Mensch nicht in die Tiere reinversetzen. Jetzt werden wir die komplett vermenschlichen, indem wir menschliche Gedanken in die Fische einpflanzen. Okay. Okay, wir lassen es einfach mal auf uns wirken. Ehe ich mich versah, war ich auch schon gefangen. Das Netz wurde mit mir aus dem Wasser gehoben und ich fiel in einen Eimer. In dem Eimer schwammen schon einige meiner Artgenossen, deshalb war es sehr eng. Plötzlich begann der Eimer zu schwanken und wir wurden gegen die Wand geschleudert. Okay, wir wurden gegen die Wand geschleudert, finde ich ein bisschen überdramatisch, weil gerade Wasser verhält sich ja nicht so... Ne, das ist ja schon sehr ausgleichend alles gegen die Wand... Aber egal, lassen wir es erstmal. Nachdem es kurz ruhig war, hörte ich einen lauten Knall und das Schwanken ging weiter, stundenlang. Nach Ewigkeiten, in denen ich Todesängste ausgestanden hatte, hörte das Schwanken auf und ich versuchte mich völlig in Kräfte zwischen meinen Artgenossen zu verstecken. Doch mit Schrecken sah ich, dass einige von ihnen tot waren. So, das ist jetzt die Negativseite, wie es jetzt quasi in unserer Horrorvorstellung vom Fisch gesehen wird. Ich bin mir sicher, gleich kommt noch die positive Variante. Eine Flosse griff in den Eimer und holte meine toten Artgenossen raus. Ich hingegen wurde wieder mit dem Netz gefangen und fiel in eine neue Umgebung. Das hört sich ein bisschen an, wie eine Geschichte von einem KZ-Häftling aus dem Zweiten Weltkrieg. Standpunkt jetzt, vom Gefühl her, soll es ja auch so klingen. Als wäre das für die Fische so ein Horror, wie genau diese Story so. Die wollen natürlich das jetzt in dem Fall so rüberbringen. Es ist aber auch ein Jugendfilmcamp, also ich schätze mal, das ist ein Filmprojekt von Jugendlichen. Und ich finde an sich haben sie es ja schon mal ganz süß gemacht. Es ist jetzt die Frage, wie ernst kann man das jetzt wirklich nehmen? Es ist ein Filmprojekt bis jetzt, ne? Hat jetzt noch nichts mit der Realität an sich zu tun oder mit irgendwas Wissenschaftlichem, sondern das haben, so wie es aussieht, Jugendliche als Filmprojekt halt so gemacht. Es war ein kleines Becken. Es war sehr trist und nichts außer eine Alge schwamm im Wasser, zwischen der ich mich versteckte. So, die Ego-Perspektive von dem Fisch zu sehen, ist schon ein bisschen weird, ne? Das ist schon ganz cool gemacht. Da haben sie sich echt schon Mühe mitgemacht. Das finde ich schon cool. Als Videoprojekt jetzt, ne? Nach einigen Tagen kam das... Also das sieht jetzt schlimm aus, aber wenn bei mir morgens um 6.30 Uhr der Wecker geklingelt hat, dann hat sich das für mich jeden Morgen vor der Schule auch so angefühlt. ...und obwohl ich so schnell schwamm, wie ich konnte, schnappte es mich, holte mich aus dem Wasser... So haben das meine Eltern auch gemacht, ne? Ab in die Schule. ...und ließ mich erneut in einen Eimer fallen. Ab in den Bus, zack, scheiß Bus, voll, kacke, kein Platz mehr frei, scheiß Dreck. Ab in den Eimer. Das könnte man auch so verfilmen. Nein, ich will das jetzt nicht verharmlosen, ne? Ist klar. Aber... Ist egal. Wir gucken erstmal weiter. Ich find's ja gut, den Weg mal durchgegangen zu sein und aus der Ego-Perspektive gesehen zu haben, mit menschlichen Gedanken. Man darf das nur nicht zu 100% ernst nehmen und nicht davon ausgehen, dass Fische genau die gleichen Gedanken haben wie Menschen in diesen Situationen, ne? Und das sieht auch nicht gleich aus. Auch wenn die Perspektive vielleicht die gleiche ist, sieht man das nichtsdestotrotz durch fischige Glubschaugen anstatt durch menschliche Augen. Und das ist bezogen auf das, was im Kopf passiert. Aber, klar, cool ist das, da müssen wir nicht drüber reden. Spaß macht das dem Fisch ganz bestimmt nicht. Kurz danach fiel ich auch schon wieder in ein neues Gewässer. Überall waren fremde Fische. Ne, das ist jetzt ja der Weg gewesen. Aus dem Meer zur Importstation und das war noch ein kurzer Weg. Das war ja mehr eine Autofahrt und dann bis zur Importstation. Also da von dem Ort aus, wo alle Fische versammelt werden, um dann zu verschiedenen Händlern zu gehen und so, ne? Um dann irgendwo in einem Zoo und Co., in einem Fressenabf oder was weiß ich, in irgendeinem kleinen Händler in Karlsruhe, in Wiesbaden, was weiß ich, um da irgendwo zu landen. Da kann aber auch anstatt einer kurzen Autofahrt natürlich auch einen riesen Flug von Indonesien oder von Australien oder von Florida oder sowas dazwischen stecken noch, ne? Und Felsen an allen Seiten. Ja, an Scheibe klopfen, also das ist jetzt mal wieder auch krass, weil das kann es auch einfach nicht sein, dass es überhaupt noch Menschen oder Kinder gibt, die an Scheiben klopfen, ne? Aber in dem Zoo passiert es natürlich. So, jetzt habe ich es wieder zu oft unterbrochen. So, wir gucken jetzt hier vernünftig weiter. An einer Seite sah ich ein Gesicht und schwamm hin. Plötzlich begann ein alles übertönender Lärm und ich sah, wie das riesige Gesicht sein Flossen gegen das harte Wasser schlug, welches unser Gewässer begrenzte. Dies machte mir ein wenig Angst und ich versteckte mich hinter einer Alge. Das ist erst drei Jahre her. Mittlerweile kenne ich jeden Stein und jedes Sandkorn. Das war die Story. Wir machen eine Wattwanderung, um uns den natürlichen Lebensraum der Fische anzusehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der gleiche Film ist oder ob der erste Film zu Ende ist und das ist jetzt der zweite Film. Könnte auch der zweite Film quasi dazu sein, diese Story zu verfilmen? Jetzt wollen wir es genau wissen. Wir fragen Experten. Ich glaube, die fühlen sich schon ganz wohl. Also woran kann man es, oder sagen wir mal so, man kann sich ja schlecht fragen. Woran kann man als Mensch ablesen, ob sie sich wohlfühlen oder nicht? Das äußert sich dann ja zum Beispiel durch den Gesundheitszustand und durch das natürliche Verhalten. Mehr kann man da, glaube ich, nicht machen. Also Farben, also das ganze Erscheinungsbild, das körperliche Erscheinungsbild. Und das Verhalten, ob sie krank werden oder ob sie nicht fressen oder ob sie früh sterben oder irgendwie sowas. Und wenn man das als Indikatoren dafür nimmt, wie sie sich fühlen bei uns in der Aquarium, dann fühlen sie sich, glaube ich, ganz gut. Wenn man ihnen den Lebensraum bietet, den sie draußen auch vorfinden und wenn man dann auch noch sieht, dass sie bei uns leicht hier auch fast alles, also sie vermehren sich bei uns, könnte man annehmen, dass sie sich wohlfühlen. Also ich glaube eher nicht so, aber das ist ein Gefühl. Also ich kann nicht mit denen... Also er ist der Leiter und sagt, er glaubt eher nicht, dass sie sich wohlfühlen, okay? Das ist ein Statement. Ich möchte es auch nicht. Ich kann nicht mit Fischen sprechen. Ich kann versuchen mit der Natur, mit dem Gesamten versuchen, ein Verständnis aufzubringen. Und da sehe ich nur Fische, die in der freien Natur und auf den Meeren sind und nicht in einem Aquarium. Das war nicht vorgesehen in unserem System. Es sind immer viel mehr Tiere auf einem Raum zusammen, als das in der Natur der Fall wäre. Aber wir versuchen natürlich unser Möglichstes, dass sie sich wohlfühlen. Denn die Tiere sind ja unser Kapital. Die Besucher kommen nicht wegen uns Betreuern, sage ich jetzt mal, sondern sie kommen natürlich um die Tiere zu sehen. Da wollen wir natürlich, dass sie das Gefühl haben, den Tieren geht es gut und die Tiere fühlen sich wohl. Sie können nicht reden. Also kann ich nicht sagen, ob jetzt jedes Tier sich da unbedingt wohlfühlt. Man muss noch ein bisschen aufpassen, wenn man über Tiere spricht und wie sie sich fühlen, dass man die nicht vermenschlicht. Also man darf das mit den menschlichen Gefühlen nicht unbedingt gleichsetzen, weil es sind ja keine Menschen. Gut, dann haben wir schon mal den ersten Teil dieses Videos hier, ne, auch nochmal geklärt. Es sind immer noch Tiere. Wobei man aber auch wirklich sagen muss, dass gerade Fische, die werden immer total unterschätzt. Es ist ja nur ein Fisch. Bei der Fischerei, die werden ja alle lebend da an Bord geholt. Keiner bringt die um, sondern die sterben da einen langen, qualvollen Tod. Das ist schon krass asozial, ne? Das ist schon krass asozial, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das ist immer so ein Tier, ja, dem werden halt auch überhaupt keine Gefühle zugemutet. Und das finde ich falsch. Weil man sieht schon, dass Fische auch Gefühle haben. Wenn es ihnen schlecht geht, verziehen sie sich in Ecke. Wenn sie alleine sind, suchen sie sich einen Partner. Wenn sie eine Krankheit haben, äußern sie das in Krankheitsspuren, ne? Wenn sie keinen Bock auf andere haben, dann kämpfen sie miteinander. Also die haben schon auch Gefühle irgendwo. Sind das jetzt Gefühle oder sind das Instinkte? Ne? Also wenn sie keinen Bock haben auf andere, dann kämpfen sie. Es ist ja grundsätzlich eher so, dass sie quasi jetzt hier wie Viblu nun meine Springerie-Demoselle halt ein Territorium haben. Und das verteidigen wollen, weil es deren Instinkt ist, würde ich mal sagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass er gerade irgendwie nicht so richtig Bock auf andere hat, sondern dass es von der Natur ihm so mitgegeben wurde, ne? Also ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Fisch beobachten können, der eigentlich ein Schwarmfisch ist, aber einen schlechten Tag hatte und plötzlich keinen Bock mehr auf die anderen hatte. Und die dann bekämpft hat oder sowas. Und man merkt, wenn es einem Fisch schlecht geht. Der verzieht sich in die Ecke, der blassen die Farben aus, der frisst nicht richtig. Also man kann schon erkennen, geht es einem Fisch wirklich gut? Beim Meerwasser vielleicht krasser als beim Süßwasser. Beim Süßwasser, wenn die da schon so in der Ecke hingen, dann waren die spätestens, spätestens zwei Tage später schon tot, ne? Also das ist schon einfach so, das war für mich kein Gefühl mehr von dem, der ist gerade nicht so gut drauf oder der ist gerade unglücklich oder dem geht es nicht so gut, sondern der ist gerade dabei zu sterben halt, ne? Ich weiß nicht, wie das mit den Gefühlen von Fischen so ist, aber es kann natürlich schon sein, wenn sie denn sowas wie Langeweile empfinden würden, dass es dann schon sein kann, dass sie das ein oder andere Mal weder Stress durch Verfolgung, Stress Nahrung, die haben, ja das kann dann schon mal sein, dass die auch mal Langeweile haben. Das ist denkbar. Ich habe ja selber viele, viele Jahre Tiere gefangen, gerade Fische für Aquarien, für einen kleinen und einen großen Stil bis hin zu großen Haien. Gerade das Thema mit der Langeweile ist ja ein sehr großes Thema, vor allen Dingen, wenn man unterfordert ist, ne? Also die wenigsten Fische sind so intelligent wie Menschen. Okay, keiner, aber es gibt natürlich mehr und weniger intelligentere bis hin zum Oktopus, die dann halt besonders intelligent sind für diese Art von Lebewesen, zumindest für Meeresbewohner, sagen wir jetzt einfach mal. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere und so. Aber ich glaube oft ist Langeweile, finde ich, gefühlt ein bisschen der falsche Begriff, sondern die sind einfach unterfordert im Sinne von Platzmangel und sowas dann, ne? Langeweile, die wenigsten Meereslebewesen beschäftigen sich ja aus Langeweile oder so, ne? Die haben ja schon, die müssen halt ihr Sozialbedürfnis nachgehen, wenn sie welches haben und keine Einzelgänger sind in dem Sinne und genügend Platz haben einfach, um nach Futter und so weiter zu suchen. Aber ansonsten, ich finde, Langeweile ist ein komischer Begriff. Beim Fangen sterben schon das ein oder andere Tier, weil die Fangmethoden sind natürlich nicht nur mit dem Kescher irgendwo in Fischeinfangen, sondern da werden Netzgehege ausgelegt, da werden Reusen gestellt, da sterben auch mal Tiere drin. Es wird viel geangelt auf Tiere, da werden auch viele Tiere verangelt. Das heißt, wenn der Hagel aus dem Maul ausreißt, nimmt man den Fisch nicht mehr mit, weil er nicht mehr hübsch genug ist fürs Aquarium. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Fangmethoden. Manchmal sind das aber auch sehr sanfte Methoden. Es gibt viele Fische, die darf man nicht berühren, bevor sie ins Aquarium kommen. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Und die werden also auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise gefangen. Mal positiv, mal mit einem großen Ausschuss. Erstmal haben wir ja nur Tiere hier aus unserer Region. Also uns geht es ja darum, unsere Region, also den Nationalpark vorzustellen und die Tiere, die darin leben. Und das würde ja schon bedeuten, dass wir Tiere aus dem Nationalpark fangen. Das tun wir schon mal nicht. Also meistens ist es so, dass wir Tiere tauschen mit anderen öffentlichen Einrichtungen. Die haben dann manchmal Tiere von der einen Art mehr, die wir dann nicht haben. Bei uns sind es häufig Plattfische, die wir mehr haben, die andere aber nicht haben. Dann tauscht man ein bisschen was. Dann gibt es eine Fahrt allerdings, die wird jedes Jahr einmal nach Norwegen gemacht, wo nur unsere Aquarium... Außerdem haben meine Fische natürlich auch besten Blick auf den Beamer, ist klar. ...mitfahren und da auch selber fangen. Das stimmt, das ist eine Fahrt. Das ist dann allerdings in dem Sinne schon eher ein Einsammeln. Also da sind dann die Taucher dabei, die dann irgendwelche Tiere, die festsitzen, einsammeln. Dann muss man sie natürlich transportieren. Und Transporte sind teilweise bis zu 24 oder sogar 48 Stunden weltweit, werden ja Fische rumgeschickt. Und wenn man jetzt mal von den Fangfahrten abzieht, die solche Großaquarien zum Beispiel machen, um ihre Tiere zu besorgen, möchte ich ja auch immer darauf hinweisen, es gibt ja auch diesen Heimtierhandel. Also es gibt ja auch die große Welt der Zierfische und über 100 Millionen Zierfische werden jedes Jahr weltweit gefangen, verkauft und gehandelt. Und da sterben sehr, sehr viele auf dem Transport. Gerade in der Meerwasser-Aquaristik, wo man Tiere eben nicht so gut züchten kann. Man kann vielleicht 30 Arten züchten von den über 1000, die verkauft werden. Also ein Promille. Und der Rest muss gefangen werden. Er erzählt immer, also er diversifiziert extrem die, ne diversifiziert ist ja falsch, unterscheidet ganz krass zwischen den Meerwasser- und den Süßwasserfischen. Aufgrund dessen, dass Süßwasserfische auch mehr gezüchtet oder zu größeren Teilen auch gezüchtet werden können. Beispiel sehen wir gerade. Platis, Black Mollies und so weiter und so fort. Guppis. Aber er sagt, die Meerwasserfische sterben. Er suggeriert immer so ein bisschen, dass die Meerwasserfische mehr beim Transport sterben. Sprich, gezüchtete Süßwasserfische würde er als stabiler bezeichnen, als Tiere, die aus der Natur kommen. Ich habe das immer oft anders gehört im Süßwasser, auch von Thomas und so, dass zum Beispiel die Kugelfische, die aus der Natur kommen, jetzt aus Afrika oder so, dass die viel besser dastehen, in einem besseren körperlichen Zustand sind und deswegen auch besser den Transport überleben, weil sie stabiler sind aus der Natur, als welche, die gezüchtet sind in Masse, also in einem kleinen Becken. Ganz viele gleichzeitig, wo viele dann auch oft soll wohl mit Antibiotika gearbeitet werden und Co. Und wie gesagt, viele auf einem Knubbeln und so weiter. Die sollen oft instabiler und Krankheiten behafteter sein als teilweise Tiere aus der Natur. Habe ich gehört. Das wäre also dann wieder so der Gegenpart. Vielleicht sind aber auch generell Meerwasserfische einfach sensibler und weniger resistent, was Transport etc. betrifft, als Süßwasserfische. Den Eindruck habe ich auch, so von dem, was ich so mitkriege. Die wahre Fisch wird in der Natur mit teilweise fragwürdigen Methoden aus ihrem natürlichen Lebensraum gerissen. Bei der Zyanitfischerei, der Giftstoff... Das ist dieser Giftstoff, ja okay, können wir jetzt mal darauf eingehen. Angeblich gibt es das aber nicht mehr so extrem, aber können wir jetzt auch mal uns anhören. Wird der Giftstoff in Korallenriffe gesprüht. Dadurch werden alle Fische betäubt und können eingesammelt werden. Doch das Natriumzyanit schadet den Fischen und Korallen. Ca. 75% der besprühten Organismen sterben. Also die sprühen in Gift, ne, in Korallen und so weiter, beziehungsweise in Riffe und dann kommen ganz viele tote, nicht tote, sondern betäubte Tiere nach oben und die können dann halt ganz easy eingefangen werden und werden dann verschifft und in der Regel, sagt man so, sterben die an den Spätfolgen sozusagen, weil das glaube ich die Leber auch sehr belastet und sind halt vergiftet. Da wird auch immer viel im Internet darüber diskutiert, ob das denn noch stattfindet. Offiziell ist es glaube ich verboten. Ich weiß nicht, das Video ist jetzt hier von 2016. Ich weiß nicht genau, wann es verboten wurde, aber dann ist wiederum natürlich die Frage, gerade in Ländern, wo man viel kauft, wie zum Beispiel Indonesien und Co., wo das Bruttoinlandsprodukt, also wo generell der persönliche Reichtum, schlechter hätte man es auch nicht ausdrücken können, ne, wo die Leute wenig Geld haben, wo die Leute eher arm sind. Wie viel wird dann dann trotzdem hinter den Kulissen gemacht, um sein eigenes Leben zu finanzieren und Co.? Findet das dann trotzdem statt oder nur unterm Radar oder wird das wirklich nicht mehr gemacht, weil es verboten ist oder so? Da wird dann immer viel drüber geredet, ne? Nur damit die Fische verkauft und in kleinen Becken gehalten werden können. Oh Mann. Das ist noch interessant, werden die Aquarien dann aber oft zur Arbeit und immer mehr vernachlässigt. So kleine Animationen oder so, ne, von traurigen Fischen oder so. Auch wenn das natürlich totaler Schwachsinn ist, aber so es catcht mich immer komplett. Traurige Musik und eine kleine Animation von so einem kleinen Glubschi oder so und den so darstellen, als hätte der gerade eine krasse Scheißzeit. Das catcht mich einfach. Ich kann das gut trotzdem ausblenden, sag ich mal, bei der Realität, wobei das natürlich in der Realität durchaus so sein kann, ist ja nicht bewiesen, dass es nicht so ist und so. Und wie gesagt, gut finden die das sowieso nicht transportiert zu werden. Aber mich macht das schon immer ein bisschen traurig, das zu sehen. Doch die Aquarienhaltung birgt auch Vorteile. So wären einige Arten ausgestorben, wären sie nicht für Aquarienhalter ein begehrter Besitz. So zum Beispiel bei den Schachbrett-Saugschmerlen, deren Lebensraum durch einen Chemieunfall zerstört wurde. Muss man sich überlegen, ob man sich solche Tiere wirklich anschaffen will und das bedeutet eine ziemlich große Verantwortung. Man ist ja nicht Profi, man ist ja nicht das Meer draußen, man ist ja nicht der Ozean und nur der kann im Prinzip bestimmen, dass es einem Fisch auch wirklich gut geht. Zu Hause kann ich das niemals. Doch es gibt auch schon Alternativen zur Aquarienhaltung. Im Ozean, wie wir gerade gehört haben, ich meine, das war jetzt glaube ich ein Seebeispiel mit den Chemikalien, dass die ausgestorben sind. Aber auch da gibt es natürlich Gefahr, dass irgendwas kaputt geht, ausstirbt oder so, weil sich die Natur, sage ich mal, ändert. Aufgrund dessen meistens, ne, zu 99 Prozent gefühlt von Menschen ausgelöst. So wird auf Helgoland das erste Aquarium ohne lebende Fische gebaut. Und was wir jetzt mit der Ausstellung machen, ist eigentlich, wir gehen vom... Ach, er war von dieser Ausstellung der Chef, deswegen, er hat gesagt, er glaubt nicht, dass die Fische sich wohlfühlen und er hat jetzt eine Ausstellung ohne Fische, okay. Wir gehen von dem Virtuellen in die reale Welt, das heißt, ich nehme das Aquarium und setze praktisch virtuelle Elemente, so wie Fische, die im Raum schweben, die sich bewegen, aber nicht echt sind, die setze ich in dieses Aquarium ein. Ich verbinde praktisch unsere heutige virtuelle Welt mit der realen Welt. Und das gibt uns von der Qualität her ganz neue Möglichkeiten heute und die wollen wir ausschöpfen, ohne das Lebewesen eigentlich zu beherrschen und zu besitzen. Zeig mal. Auf der Suche nach einer Antwort auf unsere Frage haben wir viele Anhaltspunkte von Menschen bekommen, die sich mit dem Thema auskennen. Die Fische konnten wir leider nicht fragen. Für uns haben wir jedenfalls eine Antwort gefunden. Das Thema ist sehr vielseitig und emotional. Am Ende muss jeder selbst seine Antwort für sich finden. Haben sie gut gemacht. War ein schönes Video, finde ich. War auf jeden Fall ein schönes Video und nach wie vor sich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen kann nie schaden. Jeder kann da sein Teil zu denken. Sehr berührend. Ich bin selbst beschäftigt. Was ich selbst beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema und finde es schrecklich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich einer der Fische bin. Wie gesagt, es ist immer diese Vermenschlichungsgeschichte und so weiter, aber war trotzdem ein schöner Film und schöner mal über die ganze Sache nachzudenken und generell auch nochmal den Weg aus der Ego-Perspektive zu verfolgen. Und dann einfach ein gutes Mittel, um sich selber nochmal ein Bild von der ganzen Geschichte zu machen und dann kann jeder so seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kriegt von mir einen Daumen nach oben, auch wenn es natürlich ein bisschen verdramatisiert ist und ein bisschen einseitig gerade der Start war und so. Aber es ist ein cooles Projekt gewesen, finde ich.